Ich spiel grad mal an der FFA, genau. Sieht halt die ganze Zeit die gleichen Leute immer mal wieder mal an der FFA. Ich bin grad... also ich bin grad ohne... Eben nur mit zweiter geworden. Ach, komm schon. ... ... Äh! Bitte. One kill. Hey, meine Durchblutung funktioniert. Meine Durchblutung funktioniert, das kenn ich. Ein Schuss. Eine Schuss. Eine Schuss. Eine Schuss. Ah! 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 Nichts, 50 kills to win. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bringen wir das FFA kurz zu Ende Das war's. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Ich bin aus dem Turnier übrigens raus mit 60$. Ja, es war nur leider ein Bad Beat, das war halt scheiße. Ja, das bedeutet halt, ich hatte nicht mehr so viele Chips, ne? Und im Big Line saß halt einer der Chip-Lieder am Tisch, so. Und ich hab halt Ace-Jack gehabt und hab nur angespielt, so. Und er re-raced mich halt all-in, was man mit so einem Low-Stacks gerne mal macht. Und ich hab gecallt und ich hatte Ace-Jack gegen Jack-9. Das heißt, er ist eigentlich dominated. Das heißt, jeder Jack hilft ihm nicht, weil ich einen besseren Kicker habe. Mit dem Ass. Ja, und es hat so lange gehalten, bis die letzte Karte natürlich ne 9 war. Aber damit bin ich raus. Das war richtig unärgerlich. Er war richtig ärgerlich. Aber sowas passiert. Aber es war ein richtiger Bad Beat. Das war so. Nur die scheiß 9 und dann genau die 9 auf dem Ende so. 8% Chance oder wie er hatte. Weißt du? Das war so. E. 1% Chance oder wie er hatte. Und dann kommt ihr dann vielleicht trotzdem im Gegner-Team. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Paralyzer, ne? Paralyzer, ne? Was hast du? Ich auch nicht. Oh, ich könnte nicht die ganze Zeit nur Aiini-Hand spielen. 5 4 3 2 1 Round 1 Capture The Objective xD Was ist es ein Punkt? Wir sind ein Punkt. Wir sind ein Punkt. Wir sind ein Punkt. Wir sind ein Punkt. Brigitte ist in der High-Ground. Mit der Bekaltbeck ist. Outside Brigitte. Right side where Luzu ist. I failed to fucking loop her up. 3, 2, 1. Oh, nevermind. Okay, that works. Are you not able? Missed. Get back as well. My ultimate is almost ready. Need healing. Yeah, kann ich nichts für. It's out of position. What's in out of position? I can't do that. I can't do that. Doch. Look at his back up. Where are you? We can't get you out of there. Oh my god. Doofus in my face. You weren't funny. I had to nano someone because Genji was in my ass. No, deriste läuft. Deriste läuft auf ihn. Deriste läuft auf ihn. Yes, deriste läuft auf ihn. It's up drin! Ever war bei uns? Oh fuck. den 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 Das ist ein Drammel, nicht? Es ist ein Drammel, nicht? Findet sich gut Hands auf der Seite in der mini-Hellpläge noch ein Back-up NOOOO, oh mein Gott 1, 1, 1, 1 2, 2, 1 Vergeatet Vergeatet My round point antihealed My round point antihealed Ich bin ein. 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 Was? Ich bin ein. Ich bin nicht in der Hitbox. Ich sollte es haben. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Na, ist das? Ich bin ein. Scheibe. Das ist so. Nice round guys. Diese Körbe gehen nicht mehr rein, what the fuck? Nee. Wenn du keine Basketballkammer rein wirst, dann würd du die Blizzard community outrage. What the fuck, Blizzard? The only thing that was fun in this game. Okay. What? Why do you hold perfect? Cause we lost. What's matter? Okay, I'm back. You go. No, no, I'm not dead. It's stupid to go down right now. It's stupid to go without your mana. I'm back. Where are the players going? RIPA! Reepa Reepa Genji und Minidiva im Phase Yo Minidiva ist still in big health back then They are not going to come so And I hit it left? What? I was like 500 meters away from that So much shit A loser is doing it! A loser is doing it! He... That's his own Let's get him into the middle Enjoy it! Let's get him into the middle My ultimate is ready He's leaving here And I hit Left side left side and then we go through Quick 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 Left side? That's how we go left side Yeah we're through We're in We're in We're in Get a point I thought you lost Genji No? I didn't have a bullet I didn't have a bullet Genji on Ana Resting 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 sleeping Viva remacked Resting 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 Guys played every F**king 30 seconds unlock it Maybe we can do this actually Ich bin jetzt mal noch mehr. Da müssen schon Pinks fallen Leute. 2,1 Der Typ hat sich dem jetzt überspielen aufgedacht Nehm ich immer an They got this Ah, der Funger Ah, hey Ja, ich bin 4 3 2 1 Round 3 Let's go Let's go straight to one Let's go straight to one Right side, right side Farah though Yeah, let's go straight to one Make him farah Farah left side, outside Come on Fight the tiger Farah mercy outside Pressure one mal ri Dp Är Trace ist sleeping Headshot her Oh my god Monkey coming in Remain I think they win Nooo, McCree. Why would you do that at the ledge? Oh, McCree ist so froh, ey. Ja, aber warum würde man... Warum würde man Heiden direkt neben der Ledge benutzen gegen den Fahrer? Was hat das Rettifon gekostet? Eigentlich nicht, ne. Ich weiß nicht, dass Fahrer weiß, dass ich ihn auch gut wartet. Äh, dass ich ihn auch gut wartet. Fahrer ist über die Main, in die Hand. Geh auf dich. Geh der Hund, schon. Geh auf dich. Geh auf dich. Geh auf dich. Geh auf dich. Fahrer ist uncontrollend. Geh auf dich. Geh auf dich. Ja, da ist ein Geh auf dich. Ja, lass uns auf dich. Ich muss rausgehen. Ich habe euch gefolter. Oh nice, du kannst du das? Wir sind hier, wir sind hier! Don't wake him up Rikita's left side close Rikita's sleeping Reloading Get on point I can't, I can't Vara Mercy behind us White Dragon, White Dragon I am becoming Elon With the objective Fara up there Crash one Fara sleeping, Fara sleeping Fara sleeping in the main And go Fara sleeping They sleeped out though Stay point, we can do this Nano's nearly ready Make them fight us Make them fight us Call out where they're coming from Make sure you always call out where they're coming from Yeah, they're splitting Some are coming right, some are coming main Fara's coming outside right side Monkey sleeping No, don't do that Rikita's off the point She's 1hp on our health pack on the beggar Rikita's coming back from our side of the outside Rikita's coming back from our side of the outside Oh my god, that was pretty cool Rikita's coming out Rikita's coming out So that monkey trade worked out That didn't take me DIVA 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 Go for us We need DIVA now And now monkey Oh I swear Kenji Oof, das war so cool. Good game. So cool. Okay, good game. So you're pho-toxic. So cool. Eine, du hast einen Shotcaller. Und ein good teammate. Und noch ein top good teammate, yay! Okay, das ist ein Jay. Wer? Welche Tracer, wie viel, wie viel Coites? Was ist er denn selber? Okay. Okay. So cool. So cool. So cool. So cool. ja aber das kannst du normalerweise in solo queue oder duo queue nicht einbringen hört keiner drauf wenn der tracer irgendwo in der backline senyata sieht ja dann ist das ihr bier aber es wird höchst 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 selten ne monkey oder ein diva auf seinen call reagieren und damit in den da was ich finde ja ja weil die halt 9 oder 10 prozent numero haben die du da mit das ist aber auch nicht gefragt wo du schon kannst 3, 2, 1, round 1, capture the objective. Can I go Widow on this, man? Yeah, man, no problem, sure. I am ready. I'll be on the Widow. That was a little toll. Top left, Widow. Yeah, she's good. Anti-heat, though, on top left. That's why our Mercy Pop is on her nose. Where is she? Mercy will have healing. I'm cool. Xayah, end Rhyne and Ender You. Was ist das? 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 Hanzo? Oh, nevermind. Mom, you have to wait for your team to fall off. They'll just jump in and suicide. Oh no! No. Monkey, you're in alone again! Are you ready? Are you ready? You have to do it. You have to wait for me. You have to wait for me. Yes, but you didn't say anything. Yes, out of my wish. No one can hide from my sight. You said 1%. You just got gold and you're completely out of my sight. Don't tell that. Just stop blaming the monkey, please, please. Stop blaming the monkey. Really. It gets annoying when he says he doesn't follow. Hey, dude, dude, listen to me. You play Ana, okay? You play Ana. Yeah, so what? Yeah. Just don't blame me. Really? Yes, really. Yes, really. Just kidding, Winston. It works great. Five, four, three, two, one. Round two. Capture the objective. I think so. Is there anything you need to know? The objective is now. Yeah. I claim the objective Ryan, I'm Lucerne, I hear it We're at B on point, next to the point Justice ain't gonna dispense itself That is a monkey man If you go wild Let's just shoot As much as I can die That they're alive I'm here He's in a bit I can't beat He's okay I can't beat Look at this You gotta beat You gotta beat Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Wenn wir erst den Fight gewinnen müssen, dann... Nein, da waren die gerade rot, also muss ich immer noch was zu betreiben... Da ist ein Rehill und ein McCree in... ... ... ... ... Und dann auch hier noch ein paar Er ist ja noch ein paar Da ist es nicht mehr Dann geht's Und dann geht's Dann geht's Dann geht's Dann geht's Dann Dann geht's Dann Was ist das? Das ist der Nassin. Lusuf 1 auf point, Genji 1 behind point. Genji ist er noch auf point oder ist er aus? Er ist wieder auf der Wind, auf der Seite. Ich bin so süß. Geh, 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 Geh! Rund 2, 1 Score 1, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Round 3, capture the objective 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 Why? What's that? Kenji is sleeping, help me I got him What are we doing? What's going on? I don't know if you want to keep They have a Rissa now What a problem I am gonna leave a left side in the window He was right side in the window Percy left side in the mini health pack room Ich hätte so einfach wegdashen können, ne? Ich hätte so einfach wegdashen können, ne? Ich hätte so einfach wegdashen können, ne? Okay. Oh, ich habe so viel wegdashen. Hanzo, Rideside, Mercy, careful behind you. Rideside in the windmill. Hanzo, Mercy, Rideside in the windmill. Die versuche ich nicht. Für AC gut ist er nicht zu. Van, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Man, wo ist er denn? Was soll ich denn machen? Die Mercy fliegt da irgendwo um den Sky rum. Mercy what are you doing? Ready guys ready? What the fuck? My ultimate is ready. Let's work together. I'll go right now. See that which is unseen. I got Tanzo. I got Tanzo. Let's go, let's go, let's go. They are only five. Is he done? Is he done? Mercy right at the point. They are so bad. All of you suck. Really. You didn't really carry us now. Shut the fuck up dude. You suck. Stop the game. Stop the game. Anastal fast. I hate you, my bitch. I hate you. I hate you, my dog. You need to attack in French. The Mercy was so fucking happy man. The Mercy was so fucking happy man! Ach, hab ich keine Ahnung, was die Möste gemacht hat. Der flog irgendwo in der Gegend rum wie die letzte Behinderung, ey. Ah. Nein! Ne? Jetzt, hallo, hallo, jetzt verstehe ich's. Ja, mein Mikrofon war im Stream gemutet. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum kann ich meine Zuschauer nicht entertainen? Da haben wir die Antwort. Ohne Mikro wahrscheinlich besser als mit. Hey, Extreme Fool, ich hatte vorhin Hallo gesagt und dann festgestellt, dass irgendwie kein Ausschlag auf meinem Stream zu sehen war. Dann dachte ich mir, hm, irgendwas stimmt da nicht. Wir haben uns heute mal dazu entschieden, mal wieder Ranked zu zocken. In der Hoffnung, nicht ganz so sehr auf die Fresse zu kriegen. Aber Du kannst es dir ja denken. Ranked und so. Oh. Was sind das für Games? Das ist ja interessant. Also wir hatten vorhin einen Mantank im Team, der überhaupt nicht wusste, wann er reingeht. Sondern er hat es einfach getan hat, irgendwann. Ohne Ansage, ohne Ziel, einfach rein und wundern sich dann, warum er stirbt. Die Schuld hat er dann unsere Anna gegeben. Weil Anna ihn nicht genügend durchhalten. Wenn ich ihn nicht genügend durchlebt, kann ich nicht so richtig gut spielen. Wenn ich den Brick nehmen kann, kann ich den Brick nehmen. Ich kann die Brick nehmen. Ich muss die Brick nehmen. Ich muss das Gericht nehmen. Ich muss die Brick nehmen. Ich muss die Brick nehmen. Wir können die Brick nehmen. und 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 die 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 Where's the target calls guys We want best job Den konnte ich nicht sehen. Genji, unser Enemie. Oh, der Monkey is focusing me. Genji is caliber. I got him. I thought I got to bring it to Omni and Mercy Wrestling. Come on! Ah, to give. Sorry. We can do it, we can do it. What's up man? Oh, we can climb some blood together. Cause they just used our blood. Yeah. I top. Is that dragon? I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Rhyna in our back lane. Kill the Rhyna in our back lane, please. Hello? First thing to do, kill the Rhyna. Everyone is chasing the Rhyna in the back. Okay. Das gibt's nicht. Ich spiel keine Tracer mehr. Weil wir Dive spielen, Andy. Ja, und? Wir haben gesagt, wir nehmen die Brigitte raus. Aber das macht keiner. Das war ja der Planer am Anfang des Spiels. Das war ja der Planer am Anfang des Spiels. Das war ja der Planer am Anfang des Spiels. I can't raise it. Heal up, then go in. Reloading, 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 reloading. Nano boost is ready. Just Nano Mank, Monkey or Rota. Can we go, 65? Monkey will Nano you when you jump in. Wanda Shield is breaking. Monkey on me. Blows is breaking. ty got hit. Oh, McCrea MCrea MCrea. Where we came from? Oh god, we lost. I feel the warmth on the iris. Heal you st certainty. Heal you stout nIS. Heal you. Heal you. Forgot. Oh Ich bin schon auf der Linken. Ich denke, sie ist auf dem Linken. Ja, sie war auf der Linken. Kann ich den Schild? Ich habe eine Refa, ich meine. Am ich an dem Weg? Wie schnell die sind! Das Uniting? Das Uniting? Ryan is half. Kill the Ryan, please. Oh, in ernst, jetzt? Ah, das ist ein nice Ryan. Was ist denn los mit diesem Reinhardt? Let me go. Fuck that, Bridget. Ohohoho. I don't put my sister. I can't, I can't go for this. Can we get a Ryan's argument? See you in the air. It's gonna be tough if they have the same comp, but not Bridget on their side. I'm going right side. Maybe I can knock someone off the map. So, it's time for my tanks. I'll block my. Yeah. Yeah. Hey. 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 We have sooo viele Schilder. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Farah dead. Marky half. Farah good rest, Farah good rest. Headhawk. Thank you, my friend. Thank you, my friend. He's our last second heal of the Farah. Well, man. Engie blade is out. Here we go. Farah right side. There's Farah. There's Farah actually hitting every shot. Merci, das war mein Tilt von Ryan Oh Ryan, warum würdest du den Schild runter den Kluge folgen, Alter Ich bin ein paar Mal wieder. Ich bin ein paar Mal wieder. Ich bin ein paar Mal wieder. Jetzt haben wir die Buggish... Maybe get a Zorga instead of Rota? Yeah, I... I have so much spam, we're gonna be full charged. Yeah, if we have a Zorga for the run, we'll be soon. I'm resting that. I'm balking us in that. Oh, don't balk entrance! It's time! Risa can die! Hey, what are they, huh? Hawker's slanking them. I don't know how I like that. Pretty crazy, can you help him get out? Fire right side! Fire right side! I don't have a headshot. I don't have a headshot. Oh, nice! Let's go! Back shield! Left side, left side, left side! Nice! Oh my god, that time! Oh my god! Oh my god! Battle Mercy! You had the battle lost. Yeah, but I had to load. Right side, right side! Right side! Nice, Trance! Right side! Junkhead on the high guard! Junkhead half! Nice! Beautiful! Ich habe merkwürdigerweise Framedrops und ich weiß nicht, woher die kommen. Nein! Der Stream hat... Ah! Nein, ich habe einen Stream im Hintergrund an. Sehr gut. Aber was heißt denn übrigens Framedrops? Auf was droppst du denn? Auf 150. Ach, das ist immer doch so ein Topps! Das solltest du nicht werden! Doch, ich habe es gemerkt. Ich habe es in-game 2-3 Mal versucht zu fixen, weil es mich genervt hat. Da sind sowieso wahrscheinlich keine Framedrops. Ja, Input-Lag-Drops oder so, keine Ahnung. Das hat was mit deiner Internetleitung zu tun, eher. Äh? Nein, nein, nein. Es war einfach Google Chrome im Hintergrund auf. Und Google Chrome verlangsamt immer alles. Warum sorgt der auch sowieso auch mal? Warum ist Ramm zum Frühstück, Mann? Ja? Das hört echt so. Ending Therac-Invest. Ich habe eher Angst vor dem Brigitte und dem Reinhardt, die in uns rein strömt. Was zum Teufel? Au, mein Gott, all diese Frames beginnt a lot of me. Kannst du resten? Ja, aber ich rest... Ich konnte nicht resten, weil Brigitte standen, wo du leidest. Und ich habe versucht, aber dann... Nein, nein, ich wollte auch, dass du zu resten. Ich bin 18. understand. Von hvor? Da durch. Bis zum Glück! Nur wird sie in der kommende Grimitte gehen! Oh nein! Das wirdavour 평baum der clan vom you Warum ist der Genji allowed to do that? I'm on fire! I'm there. If someone would get me from spawn, except then if it was to heal, that would be great. I'm just gonna Valk back if needed. Please tell me when you need it. He's dead. Genji main with roll. And Brigitte. And Hanzo. Trying to rest at Hawkes from the right side. Hawkes from the right side. Nice one. He wants to shatter. Ryan wants to shatter. Digga, Hanzo, I have here... ...experience. Hanzo one, on the left. Nice, Hanzo. Pressing out, Hanzo. GG, well played. GG. This is not your time. Good shit. Play of the game. Okay. Schönes Ding. er braucht ein sportmanship bekommen noch 1 2 gut teammate und ein sportsmanship vielleicht dafür dass man als geboosteter player ein match gewinnt dafür kriegt man wahrscheinlich sportsmanship ich gebe eigentlich leuten immer nur dann sportsmanship wenn ich mir denke okay der war nett was beigetragen hat er nicht warum das denn weil das spaß macht aber ist super joshua jetzt am gegnerteam mit dem haben wir auch schon so häufig gespielt aber ewig lange schon nicht mehr das ist das frontschwein dps oder sehr viele dps main sie in diesem team aber sehr viele dps mit secondary flex das ist ja mal sehr angenehm wenn sie es doch sprechen würden das wäre super was was Das ist schwierig, wenn dein Brain das Spiel nicht so versteht, wie du es gerne hättest. 5, 4, 3, 2, 1, attack on this. Capture Objective A. Upsie. Behind us Tracer, in the house right side. She was on the balcony. She's still in there, Para. She's going for our Mega. She's on the Mega. She's coming back left. Ah, come on. We have 4 DPS. They have 4 DPS, guys. We should win this easy. Just play with the Rein. Right side Tracer on our Mega. Here, right side. Hunter 1. Who is on the top of me? She's left. Nice. Tracer, that's a nice picture. Top left, someone. It's a May. It's a May. Actually, let him be. Let him be. Genji coming. Okay. It's 3-0 charge. My ultimate is charging. My ultimate is charging. Whoa, 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 whoa. Why did this be a little? Uh, Tracer flanking back left. Left side, left side, left side. Tracer already behind you guys. No, don't lose the wood. Duel again. Thank you, Genji. Thank you, Genji. Hanzo top right. Hanzo bottom right. Hanzo bottom right. We have a Widow right now. We have 5v6 guys. We should still win. Oh, was? I'll win 4v6. I'll win 4v6. I'll win 4v6. It was actually 5v5. We're resting Tracer in 3 seconds. We're resting Tracer in 3 seconds. We had a Tracer pick by the way. Nice. I don't know what you want to do with Tracer. Clip would pick up the้af control, and Hanzo would pick up thewing. No, I'm wrong. I don't know what you want to do with Tracer. I don't know what you want to do with Tracer. I don't know what you want to do with Tracer. What the time is taking down here? It's a way. If you're standing there, then you go down here. I'm sitting there. No, I do not. hier tue ich doch okay ich so wir haben reinhard 1hp hans on our base what the fuck he's on our forklift he dead same people dead so confused cause ryan was nearly at their spawn at their spawn in hans they have tarp my blade is ready to be unleashed heroes never die so right side on the bridge a similar from behind us behind us still behind us still behind us still behind us still behind us oh my god he's been 15 times and no one looks at him and bronshine doesn't he's been a few times getroffen why did you swap the rhyme i need you don't leave me alone dude we got 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 some of the truth is around the corner ok 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Not front me! Ignore the name that you have, dude. oh ja stimmt habe ich ich bin jetzt Alter was geht denn bei denen? Der Hanzo misst doch keinen Schuss, ne? Wir brauchen dich! Alter, die Widow verliert einen Google nach dem anderen. Ich chill jetzt hier. Bis hier auf, wenn sie sterben. Sniper! Ja. Konnte ich nicht. Animation. Nein, ich war noch aus der Animation raus. Bin aus der Animation rausgegangen, als ich gesehen habe, dass sie dich gefokust haben. Welche Animation? In der Sitting-Animation. Ja, wieso warst du in der Scheiß-Sitting-Animation? Um dem Team zu zeigen, dass es gerade scheiße geht. Ja, ich habe bestimmt mega viel geholfen, dass du auch scheiße geht. Sie haben keinen Sinn oder nichts, wir kommen einfach mit ihnen. Es ist nicht so einfach, wenn du sterben all over. Sie sind wirklich gut. Ich schick auf die Hanzo! Also, sie sind alle spreadable in Blades. Was ist das nicht so? Auf der Punkt. Ihr C9'ing. Get the bombing world! Get the bombing world! Get the bombing world on the high ground, please. Widow bottom left! Widow bottom left! Shooting at you! Ja Widow still bottom left! Auf der Punkt. Widow still bottom left! Auf der Punkt. We must claim the objective. We must claim the objective. The cavalry there! Wäre ich nicht raufgegangen, hätten wir C9. Nein, hätten wir nicht. Hätten wir nicht? Nein, ich war da. Wäre ich nicht. 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 Dann macht es schon wieder überhaupt kein Buch. Wie sagt's noch? Das ist so true. ja was soll ich jetzt spielen in place 38 scoped scoped crit oder crit muss nach scoped crit gucken neuerdings haben sie neu eingeführt scoped crit 16 ist verdammt wenig allgemein ist das verdammt wenig top left hand so und so top left Und wir haben nicht eine Schildtank gegen die Sniper wieder. Ich weiß nicht, was du erwartet? Ich kann nicht heilen... Da ist eine Widow in der Backline. Oder eine Doomfist. Ich bin nicht sicher. Es ist nicht eine Widow. Auf der Highground. Es ist eine Sorbonne und eine Widow. Und eine Moira. Dann haben wir ihn mit Symmetra. Okay, dann ist es nicht eine Moira. Es ist Symmetra. Ja, sorry. Moira und Symmetra sehen halt ideal gleich aus. Oder das oder das von links. Ja. Ja, was denn? Soll ich es lassen oder was? Ja, Doomfist ist immer noch da. So weird. Du bist still back left side. Discorded. Auf dem Minipack. Anzo, Highground? Anzo Highground. Anzo Highground. Ja. Anzo Highground. Anzo Highground. Keiner ist von den Gelegen. Alles klar. Kein Bock mehr auf das Duo mit Symmetra und Torbjörn. Kann ich verstehen. Auf der Haus ist Widder. Warlocks are on. That side behind us is a... Horbjörn, I guess. And a Symmetra. Ja, they haven't had a border there. Wegt sich im letzten Moment der Pedder. Lass die mal gleich wieder avoiden, falls wir weiterspielen. Auf die habe ich auch keine Lust. Das sollte er gegen den haben wir doch gerade eben. Mit dem haben wir doch schon verloren. Super George und gut. Mit Super George. Das war doch der, der der Hanso war und dann gemeint, der über all shit. Und das war der auf Ilios. 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 Das war die Konzecke. 60 Sekunden remaining. Aber da war er solo oder nicht. Der war solo Q. Nee, der war du Q. Ja. Egal. Hauptsache wir wollten. Oder hast du den schon gewollt? Wir haben noch den Ach, Meteor Strike natürlich. Fuck. Der konnte pointen mit der Flügelpist. Kenji. Schöner Das ist eigentlich Wundervoll Wut? Ah, random If you survive I can trance Don't die, just don't die Erstmal reporten Und Gameplay-Sabotage Und avoiden Ich habe ihn avoidet Ich konnte nicht so viel hier in gerade dieses Game Ready? Ja Er auch schon wieder Gold spielt jetzt alleine? Nein Yasuo Gold Epa Fox 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 3, 2, 1 Might have a Torbjord Attack commencing Was? I think they have a Symmetra Natürlich haben wir Symmetra Symmetra für sure Ich weiß nicht, ob wir gegen Tracer spielen willst Abwarten Boah Ja genau Jetzt hinter rechts sind die Schildner Genau Woh Ja . Entriegen Symmetra für die Symmetra == Mittel Mei auf der Station Mei, still? Up there? Mei in der Station, Mei in der Station Hä? Hier ist keine Mei Doch! Du bist einfach ein blindes Park. Du bist dann hier vorbei gerannt. Echt jetzt? Ich hab sie gelegt. Sorry. Hast du noch Rest hier? Nice. War da noch was abstauben oder nicht? Oh ja, das ist ein Bestwetter. Aber Mei ist auch schon wieder da. Über dir, über dir, über dir, über dir, über dir, auf dem Haus drauf. Vorsicht. Ich hab sie gelegt. Ich hab sie gelegt. Ich hab sie gelegt. Okay. Fuck. Ich kann nicht alle bringen. Das geht nicht. Das ist richtig. Ich kann nicht alle flanken. Das geht nicht so, wie das. Ich kann nicht alle flanken. Das wird nicht so, wie das. Ich kann nicht alle flanken. Und der Turret! Und der Turret! Und der Turret! Und der Turret! Leute, was fokust ihr denn? Ich weiß nicht, was die fokussen, Digga. Ich gehe jedes Mal, wenn du was ansagst, gehe ich da drauf. Und ich bin der einzige, der es angreift. Geh mal ein bisschen mehr Damage. Oder Hanzo? Irgendwas, was High Guard contesten kann, wäre immer geil. Hanzo. Aber er hat ja auch Genji schon. Hier kommt Honour. Mit Honour, Redemption. Ja, macht er nix. Jo Zen, okay. I can't see you all dead tanks. Das war knapp, dacke. Diva's dive! Diva dive nicht! Diva the back on our Hanzo. Mercy, 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 Mercy. Reinert, Reinert, Reinert. Mercy, Mercy, Mercy. Hör auf den Gegner, hör auf den Counter-Target zu vollen, bitte. Ja, aber wenn ich auf das Counter-Target schießt und gerade nichts anderes angreifen kann, und ich bin der Main DPS. Ja, aber dann sagst du nicht Reinert, 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 Reinert. Doch. Nein, wenn das Team auf Mercy gehen soll, die gerade in allen Rests, dann ist die wichtiger für mich. Verlebe mich. Bigger tossgerne? Buborn es, Matthias. Beifall von dir Jerusalem, gib dem 小心 auf dem Kompetenst Inteligen endlich auf Terminal TOP 2. bye mit dabei bei aufrac Honestly von mir ich habe auch nicht hingeguckt weil ich nur in eine richtung kommen ja ich kann auch rückwärtschauen ich hätte gucken können wo sie ist ich dachte ich könnte weiter der match machen die war es eigentlich so ne featerin das war gewastet das war eine oder die hat auf uns geschossen aber der hätte Das ist egal, du hättest auf den letzten Moment warten können, bis sie zum Spawn kommen können und dir dann eine Seite aussuchen können, wenn sie da nicht mehr durch ist. Sagst du noch was? Hört doch mal auf die durch die Gegend zu ballern! Nice friends! Spiele der Gold aller Alistair-Matcher! Hi Alistair! Wer? Alistair Vincent! Du kannst melde doch! Hahaha! Was geht? Bei uns ist alles fit! Wir haben eigentlich einen ganz guten Run, bis auf den einen Winston, der immer meinte reinjumpen zu müssen. Aber dafür haben wir jetzt eine Diva im Gegner-Team, die das gleiche macht und sich wundert, dass sie dabei stirbt. Welche Call haben wir gesprochen? Wir haben viele Calls! Nice Call, man. Take it! Ich weiß aber nicht, welchen Call er jetzt speziell meint, weil ihr habt die ganze Zeit Calls gemacht. Wir haben viele Calls gemacht. Ich weiß nicht, was Gold jetzt in der Offense spielen will. What's the matter? Ich weiß nicht, ob wir jetzt Sim oder Torb spielen oder irgendwas Normales jetzt machen. Okay, die haben einen Hanzo da? Oder ist das wieder die Mei? Ach, das ist eine Bastion. They're the Bastion guys! Willst du damage boost? Ja, bitte, bitte. Ah! Upsi. They're Voodoo and Bastion. Und Sim. Wow! Wie konntest du den Shot denn missen? Okay, Hawk, you can hook him off. Ja, ich habe den Spassion. Hooked. Huge. Pressure, Pressure, Pressure. Help, Hawk. I got you, Hawk. I got you. Nice one. Sim, behind. Sim, behind. On the Station. Okay, nice Call. Ja, ich bin dead already. Still up there. Still up there. With a lot of Turrets. I'm 40 HP, then heal me alright. Nice pick. Thank you. Nice pick. Yeah, they're sweet now. Thank you. Thank you. War der Böse, alter. War wirklich ein bisschen lucky fast, würde ich mal sagen. Ja, war es auch, weil ich eigentlich schon aus dem Visier rausgehen wollte und dann habe ich halt noch ein Target gesehen. Natürlich war das Lack. Lackos Maximus, Digga. Oh, die Mäste ist so low. Oh, up behind us, Hanson, on the right side high gone. On bottom. I don't know. In the tunnel. In the Station is the Metro already. In the Station is already the Metro, I'm behind it. Nice. Er, Tracer top right? Yeah, top right Tracer is using the Teleporters behind our Station now. Er kommt dann 99% hoch. Ja. Bleib auf mir bitte, bleib auf mir wenn du kannst. Du bist zu mir. Du bist gebocken. Du bist gebocken. Ja, ich weiß. Er ist still behind us. Oh, what happened? My hook. Ich habe sie gekillt. Ich habe sie gekillt. Ich habe sie auch beide angedamaged. Danke. Danke. Sie kommt immer wieder nachher. Sie ist aber auch extrem scheiße. Was? Was? Wie war der Drache denn geschossen? Ich ich habe die tendenziell nicht zuiden. Unlucky! Ah, das war nur die Hanzo. Der Hanzo hat mich gesolo-dragged, Duga. Ich konnte nichts machen. Wir können hinzuhalten, wir können hinzuhalten. Ja! Tracer bottom right. Ja, ja. Okay, wir gehen für ihn. Wer geht für ihn? Genji hat er. Ich versuche ihn durch, Genji. Ich versuche ihn zuerst. Ich versuche ihn durch, das ist gut. Wir sind hinter uns. Okay, nice. Behind uns in der Tunnel ist Symmetra. Bottom in der Tunnel. Bottom in der Tunnel. Bottom in der Tunnel. Bottom in der Tunnel. Symmetra ist in der Hauptbahn. Gc9. 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 Das besser wäre etwas. Gc9. Genau. Gc9. 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 Und einen Widerhut. Und ein weiterer Widow-Hit. Mein Aim ist eigentlich gar nicht so krass. Mein Abbausment-Level ist gerade abgestiegen. Echt jetzt? Warum meins nicht? Weiß ich nicht. Warum mögen die Leute mich nicht? Du hast zweimal Shotcaller bekommen. Es freut mich sehr für dich. Aber danke für das Kompliment, Alistair. Schön, wenn mal einer zuguckt, wenn du ein gutes Game hast. Normalerweise schalten immer alle direkt ab, weil sie sehen, ich bin ein Trash-DPS. Nein, aber meine Widow ist diese Season echt nicht schlecht. Voll den epischen Sound, wenn deine Doorsman-Level uprankt. Echt? Ich hoffe, ich krieg das auch bald. Wie viele Stunden hast du denn schon auf dem Account? Warte mal. Du hast sechs Stunden und ich habe wahrscheinlich auch sechs Stunden. Unlucky. Hast du? Ja, wir haben beide gleich viele Games auch gewonnen. Nein, echt? Ja, wir spielen doch immer nur zusammen. Oder nicht? Ich habe auf dem Account schon mal alleine schon mal gespielt. Nee, ich glaube nicht. Du spielst sonst nur noch auf Firelaune und auf Taint. Doch, die Placements. Warum spielst du eigentlich nicht mehr auf Taint? Hast du auf Taint dieses Season überhaupt schon gespielt? Nö, irgendwie gar nicht. Ich glaube nicht. Ich habe den noch nicht mal gerankt. Nee, der war halt zu hoch. Deswegen dachte ich mir... Ja, aber... Du musst doch auch ein bisschen... Das ist mir so waned, der gar an meinen Rank. Nö, das stimmt nicht. Mir geht es um gut spielen und gewinnen. Also welchen Rank ich dann dabei am Ende erhalte, solange ich halt noch mit dir in der Range bin. Naja. Du freust dich schon darüber, dass dein Man in GM ist. Ja, aber wenn ich so hart feiern würde wie Cristimo, würde ich jetzt zum Beispiel auf den weiter suchen und auf euch scheißen, so wie er das macht, weißt du? Ja, das stimmt wohl. Aber weil ich weiß, ich bin jetzt schon mal zweimal GM gekommen, denke ich mir... Wem will ich das beweisen? Mir habe ich es schon bewiesen. Das kann. Brigitte Main. Brigitte ist so stark, diese Season. Also... Ich hoffe, das ändert sich ein bisschen. Also wahrscheinlich nicht, aber... Wer ist Brigitte Main? Äh, der Alistair. Fort Ben von der Street. Wann ab, Frau Dorgies? Saut mal, Dudes. Ähm... Kann hier lauter machen. Aber dann geht das Game auch lauter. Mal gucken. Hey, Max. Ja. Du hast doch voll die Eins stehen neben deinen Doors, nichts. Was das denn? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein Ding für Noobs. Was soll ich denn jetzt spielen? Es sieht so viel einfacher auf 144 Hertz. Lohnt sich richtig. Hä, was? Bist du doof? Ich will nicht Hanso spielen. Ich will nicht Hanso spielen. Ich hasse Hanso. Ich habe dein Argument, dass du letztes gebossst. Das ist eigentlich ein Skate. Ich hab Farage gebraucht, um aufzuschießen. Vielleicht sollst du mich dreimaler peeken. Weißt du wie man Showpoint-Fights gewinnt? Einfach nur geht durchbomben. Du hast gewinnt! Die Heide, die Heide! Die Heide! Farah 1 Rhodog through, left side Farah on me Rhodog as well Rhodog and Farah on me Way too much damage, sorry I am not deterred They are taking the objective, stop them My ultimate ability I can Hi Get on the objective We can't let it go We can't let it go Yeah I don't know if we have Farah Mercy One kill One kill Geh nach oben rechts in die Halle Und dann hast du Free Reign Geh nach oben rechts in die Halle Geh nach oben rechts in die Halle Warte, warte Junge Du sagst mir sonst, dass ich dir mal ansagen soll Ja, aber wenn ich gerade, wenn ich gerade einen Support picken kann Weil die da gerade herlaufen, ohne daran zu denken, dass da eine Widow stehen könnte Fat trash Danke Upsi Ähm, ja sorry, ich kann Andy leider nicht lauter stellen Das ähm Oh oh, ich brauche einen Pocket von dir bitte Oh, der Reinert hat gefehlt Why are you so low? Sie kommen irgendwann drauf, dass ich hier stehe? Die ersten zwei Schüsse, wenn sie vom Respawn kommen, kommen immer nicht Da schießt ein Zen auf mich Boah, die Brigitte! Hat ihn so hart gesaved den Zen gerade Ich hab dich, hab dich, hab dich Na, die Farah krieg dich jetzt dafür Fahra war auf der weisen Seite Ops, ist Wo geh ich hin, wo geh ich hin? HeiGon, der ist Da ist er Oltz, ne? Wo ist اichtig, Fahra hat ein Fahra hat Neufz Fahra hat eine, Fahra hat eine Geht mich weg! Ich bin tot! 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 Wir sind wirklich auf point! Wir können das schnell! Oh mein Gott! Ja, wir sind tot! Oh, come on! Oh Mann! Wo ist denn der Pop laut? Let's hit them all! Hm, warum habe ich keine Viewer? Gute Frage! Ich denke, es ist einfach sehr, sehr schwierig am Anfang Viewer zu kriegen weil meistens kriegst du so durch Mondpropaganda neue Viewer, also müssen dich eigentlich erst Leute kennen, damit du bekannter wirst und so die ersten paar Leute schalten halt per Zufall rein, so wie du merken dann, dass du nice bist, dann abonnieren sie dich und ja, und es ist spät! Ja genau, voll und erst mal! Genau, nee, das kriegst du jetzt ab 70 Viewer, die du fast jeden Tag haben musst also das dauert... Drei Viewer! Echt jetzt? Ja! Okay, das wusste ich nicht! Aber auf jeden Fall ist es... Ich denke, es ist einfach am Anfang sehr schwierig also, da kann ich so nice sein, wie ich will Leute müssen halt trotzdem irgendwann mal reinschalten Drei Viewer auf einer regelmäßigen Basis halten über... wie soll ich sagen... Monat? Drei Wochen? Irgendwie sowas... Wir machen Andi jetzt mal lauter Bitte schrei mir gleich ingame nicht das Ohr weg Sicher? Siehst du, er kann sich nämlich selber lauter machen deshalb will ich ihn nicht lauter machen Kann mich lauter machen, er hat das Mikro gerade fast in meinen Mund gestickt Ich kann's noch gerne immer so haben, wenn du willst Nein, alles gut, Rauchel Dann sag ich irgendwas lautes wieder und dann heulst du wieder Naja, ich weiß Lass das lieber, ist schon nur gut Ich hab dich jetzt glaube ich laut genug gestellt Dann mach ich jetzt wieder so Ja, alles gut Wie gesagt, ich hab dich ja schon lauter gestellt Alistars Hypothese lautet Die Community von Overwatch ist vielleicht einfach nur Trash Und deshalb kriegt man keine Viewer Und deshalb kriegt man keine Viewer Uuuuuh Ach, weiß ich nicht Tis Komm, komm rein, 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 rein Es gibt für jedes Game seine Audience Es ist halt einfach nur wirklich wie regelmäßig von streamen Ja, ich bin tot Nee, doch nicht Nicht Nein, Wasted Die hatten so viel Zeit vor dem Weg zu laufen Weil die Distanz zu lange haben Okay, der Zen ist reingelaufen anscheinend Das war gut Der Zen ist einfach gerade, Brain hat reingelaufen Der Zen ist einfach jetzt Ja Da ist einfach Das war nicht Mit dem den Vorbeden Just do damage I have a graph, you can graph, you can graph Never mind, Ryan, I'm blanking Never trans, we don't have damage, please Das war sooo unnötig, Leute Wusste nicht, dass die Trans schon wieder da ist Wieso, die haben doch noch gar nicht getransed Die sind denn schon wieder da Die hatten noch nie getransed Ja Tanks haben halt irgendwann einfach nur Schiss bekommen, weil sie gerade ein bisschen low health waren Haben sich einfach in irgendeine Ecke gestellt und nichts mehr gemacht Als sie damage gefressen haben Boah Braucht mal irgendwas, was den McCree contesten kann, weil der macht was er will und er carried hard Ich wollte ihn gerade contesten, da bin ich in den Hain-Duden reingelaufen Ja Chiss Wir gehen down, Ryan, help Ryan, help Ryan Hüge Ich hatte tatsächlich auch letztens überlegt, mal wieder Guild Wars 2 zu spielen. Die Add-Ons sollen ja ganz geil sein und das Skillsystem hat sich auch geändert, seit ich das jetzt mal gespielt habe. Den kann man, das war vor vier Jahren oder so. Also Andu, falls du mal Bock hast auf Guild Wars, das soll echt cool geworden sein in letzter Zeit. I am taking the objective, 3, 4, stop! Pharah's going on me, I need healing, I need healing badly. I claim this objective. Pharah of you up here, healing not found. Pharah macht das Geld. Where's your one, where's your one? Fight is already lost guys. I am healed. Willst du nicht Wido gehen? Nee, mach der nächste Old Combo. Where's your one? When you guys have ult, make sure we can just go on point, bait them again there, so they come. And then we can combo. Pharah's gonna ult you guys. chickens! Hog on the Highgun, Free Kill. Mercy on the Highgun! Mercy, 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 mercy. mercy, mercy dead. Was? Was? Warum treffe ich sie denn nicht? Was? Wait for me, what are you not getting at that call? He's on half? Behind you Pharah Is so uncontested, die ganze Zeit schon wieder läuft Jetzt bist du schon bei deiner zweiten Ultimax Ja, und Saria auch Ich bin bis gerade nicht gest... Hä, wir haben gecomboot? Du hast mich nicht gedamaged boosted, deshalb ist nur einer von meinem E gestorben Nein, da oben war kein Dragon natürlich Doch! Natürlich war da ein Dragon Na egal Frontflanking left side Right side Zen Jetzt, damage boost Ich steh direkt neben dir Bleib doch bei mir Ich hab hier nen Appen auf mir Nein, ich bin grad am Rest 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 Wollen wir sterben nicht One shot One kill Ah, was sagen könnte, hätte sie das arg Das ist das einzige Problem, die Fahrer stirbt nicht Ja, aber ich werd sie mit Widow auch nicht töten können, weil ich hier keine Angles kriege I need my damage You would need informantantfleek I don't know how to get in this setup We really don't know Ja, thank you Opsi Yo Pharah in my face guys Komm schon Roadhog Ich weiß nicht, ob ich Reapers schwappen kann Ich weiß nicht, ob ich Reapers schwappen kann Pharah ist das größte Problem Ich hoffe, Reapers hat es Ja, war ein bisschen unlucky Der ist halt Zarya Main gespielt Ich muss leider raus Muss raus Was? Ja, ich muss leider raus Ja Weil ich morgen um 9 Uhr aufstehen muss Draufstehen? Draufstehen, ja Aber wir können Die Tage wird eh schwierig Müssen wir mal gucken Okay Alistair, dir danke fürs zu gucken Stream bestimmt die Tage nochmal Und ja, peace out Und vielleicht guck ich mir Geld was machen Also, reingehauen